Willkommen Die Rote Armee Fraktion wird zum Synonym für den Terrorismus in der Bundesrepublik der 70er Jahre. In der ganzen Republik wird nach ihnen gefahndet. Der Terror eskaliert. 1972 wird der harte Kern der RAF verhaftet. Das Morden der RAF erreicht 1977 seinen blutigen Höhepunkt. Gewalt um ihrer selbst willen gegen Menschen, die das verhasste System angeblich verkörpern. Eine Republik im Ausnahmezustand Zustand 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 Zustand